Heyo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Junge Bestes Mädchen. Wir spielen heute Mario Kart in Minecraft, das haben wir bei Topps schon gemacht, das machen wir jetzt nochmal, weil es super viele Maps gibt. Und ich habe das Gefühl, ich bin auf jeden Fall besser in dem Rennspiel als in den bisherigen Jump'n'Runs. Und ich würde sagen, es war jetzt halbwegs knapp in Topps Folge. Heute machen wir die Special-Folge mit Flo. Das heißt, wer Flo besiegt, kann doppelte Punkte kriegen, falls einer von uns Flo besiegt. Und das Ding ist, dadurch kann ich jetzt natürlich sagen, ich werde erster von uns 3 und dann steht es nicht mehr, was steht es jetzt? Ich glaube 5-1. Dann steht es 5-3, wenn ich jetzt gewinne. Und davon können wir ausgehen. Es gibt einen Mushroom Cup, da steht Remakes of Mario Kart Tracks. Ich als alter Mario Kart Spieler habe da natürlich den Vorteil, würde ich sagen. Okay, das sagt mir leider alles überhaupt nichts. Aber ich habe es auf dem DS gespielt. Okay, da steht Mario. Lass uns... Hast du auch Mario Kart gespielt auf DS? Ey, guck mal, lass mal von vorne nach hinten. Ja, aber ich hatte es tatsächlich... Ja, wir spielen... Auf geht's. Aber wir spielen nur 3, oder? Das heißt, wir müssen uns 3 aussuchen. Auf geht's, sonst irgendwas. Nein, eigentlich nicht. Okay, let's go. Lord, wie geil. Erinnert mich übrigens an Sonic. Oh, ich habe keinen Speed Doos gekriegt. Wieso? Weil du musst immer gucken, dass du im richtigen Moment losdrückst. Ich habe im richtigen... Ich kenne das Timing doch. Ah, Tops ja auf, irgendwie drin zu laufen. Boah. Aber wie... Aber lol. Warte mal. Uh, Pilz! Oh nein. Oh nein. Aber was? Jetzt weiß ich, wozu der Bogen da ist. Du hast halt diese Levitation-Pfeile, ne? Ja. Äh, du musst auf den Bogen nehmen und damit dingst du, dann kannst du dann dementsprechend... Alter, ein Glöpflüge vorher, ne, hier ist schon ein Stopp. Oh, warte, warte. Zack, zack, zack. Was? Nein. Ich bin so schnell. Noch bin ich Erster. Warte mal. Ich habe goldenen Apfel, okay? Oh nein, ich bin in meine eigene Trap gelaufen. So ein goldener Apfel ist wie ein Stern. Wenn ich euch jetzt berühre, dann seid ihr dead. Was soll? Was soll? Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Hallo, ich habe diesen... Oh nein, ich habe mich gedreht. Ich bin so ein Idiot. Wieso würde ich das tun? Warum würde ich mich jemals drehen? Ich habe mich gerade selber gesprengt bei meinem TNT. Hast du ja gut gemacht, Flo. Oh nein. Warte, warte. Final lap. Nein, nein, nein. Tops ist ganz hinten. Tops auf dem dritten Platz. Direkt hinter dir, Ronja. Auch bekannt. Ja, genau auf dem dritten Platz. Was? Ganz hinten bist du. Nein. Endlich werde ich aufholen. Nein. Bist du niemals. Oh. Was ist das denn? Warum lachst du? Ja, das ist bei den Checkpoints irgendwie ein bisschen verbuggt, glaube ich. Was ist das? Hä? Was? Was ist das gerade? Ich habe mich teleportiert. LOL, du hast Wort gehabt. Was? Oh nein. Hä? 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 Titanic. Okay. Kein Speedboost. Nicht links lang gehen. Aber auch kein... Oh warte, wo muss man am Ende hin? Ah, hier. Oh Gott, ich bin ganz merkwürdig gelaufen. Äh, Ronja, du musst stehen bleiben. Warum? Äh, weil das Teil der Map ist. Weil dann hältst du auf einmal genau das. Hey, willst du was für die geile Idee wäre? Äh, weiß ich nicht. Die kennt doch aus Minecraft Phoenix oder so, oder gibt es ja diese Autos? Ich bin hier hochkonzentriert. Die Map will mit den Autos spielen, aber das geht. Nicht mit Autos. Äh. Ach, diese Dings haben es dabei. Ja, aber das ist dann ein bisschen, ich weiß nicht. Oh nein, links! Danke, Ronja, du hast mir... Ja, ich bin wohl noch links. Ronja, du willst unbedingt die Straffolge machen, ne? Habe ich sowas gefragt? Oh nein! Ich bin Erster, willst du mich eigentlich veräppeln? Ich bin direkt hinter dir, Ronja. Ja, aber ich bin Erster. Ich habe Teleport. Hä? Teleport. Ja, Ronja, äh... Ja? Loi, Ronja, hast du das schon gesehen, wenn du stehen bleibst? Äh, Tops? Ja. Stehen bleiben habe ich jetzt natürlich noch nicht gesehen. Es liegt einfach... Oh mein Gott, ich bin... Ähm... Stehen bleiben ist nicht so mein Ding, weil ich will ja auch gewinnen. Elytra, Elytra ist so hart useless. Vor allen Dingen hier, was bringt die Elytra? Ja, Elytra habe ich das Gefühl, ist auch echt Mist ich. Also... Ich habe das wieder. Bin ich jetzt Erster? Warte! Hä? Wieso würde man das machen? Hä? Du kannst dich doch nicht einfach zum Ziel... Ich sage, wir bannen das Item, das wirkt irgendwie merkwürdig. Also, weil man sich einfach zum Ziel teleportieren kann... Was ist hier erhöht? Warum ist hier erhöht? Warum ist hier erhöht? Warum ist hier erhöht? Was explodiert? Okay, ich bin nach wie vor Erster. Kann ich... Kann ich meinen Vorsprung ausbauen? Kann ich gewinnen? Das sind die, das sind die... Ich überrunde gleich Flo! Ja, das ist kein Geheimnis, aber ich bin noch ein bisschen schlecht heißer. Wow. Erster! Warte mal. Ähm. Ja, das stimmt. Jetzt ist Flo hier erst, ich ziehe durch. Das macht voll Spaß! Das ist super lustig. Das ist echt witzig. Ich wusste nicht, dass man... Also... Okay, Nächster. Airship Fortress. Oh! Das ist mit diesen Lager. Kennt ihr das? Ja! Oh, das ist super cool! Oh mein Gott, äh... Oh mein nein... Läu. Bitte werd getroffen, Tops. Bitte werd getroffen. Nein, danke. Ich hab daran kein Interesse. Aber wär das nicht voll lustig, wenn du getroffen werden würdest? Oh mein Gott, ich bin so gut in diesem Spiel! Ja, das ist ein Goldapfel. Äh... Die kannst du essen. Dann kriegst du einfach ein Leben mehr. Goldapfel ist wie ein Stern in Mario Kart. Warte, wieso ist Flo vor mir? Oh, die bewegen sich richtig. Nevermind Flo ist nicht mehr vor mir. Wow. Was? Oh! Oh mein Gott, das ist die Strecke! Ja, genau, das meine ich. Das ist richtig klar. Das ist... Das ist so cool! Oh mein Gott, oh mein Gott. Das macht so Spaß! Das war ich, Flo. Hast du ihn abgeschossen? Nee, ich hab hier einfach so eine Fake-Chest platziert. Oh, die Fake-Chests sind Mist. Ich glaub, da stehen die Bananen da, weißt du, was ich meine? Oder? Ja, 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 ja. Aber nee, 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 nee. Es gab doch in Mario für Nintendo... Gab's doch auch diese falschen Items. Die dann so ein bisschen anders aussahen. Die kein Fragezeichen in der Mitte hatten. Aber jeder wusste, dass das eigentlich Fake-Dinger... Hey, warum... Ja, die sahen anders aus. Ich bin gesflaut, warum bin ich gesflaut? Oh mein Gott, das ist so super! Ich bin übrigens, ich gewinn das hier. Nein, Ronja aus... Easy. Peasy. Lemon. Squeezy. Was? Erster Bombe. Tja, wenn man als erster schon in der letzten Runde ist, dann äh... Hallo Ronja, ich werd jetzt, äh, komm und dich überholen. Wisst ihr, was ich cool fände? Noch so eine Minimap, wo man auch sieht, äh, wie weit man ist. Wir haben keine Minimap. Doch, klopp. Da ist die Karte rechts. Hä? In der rechts ist keine Karte. An der Hopper, an der Hopper. Äh, nein, an der... Ach so. Ja, ne Ronja? Ja, da hab ich jetzt nicht drauf gedrückt, ich bin mit Rennen beschäftigt. Ich will's jetzt hier nicht risken. Ich will jetzt einfach noch gewinnen. Nein. Nein. Ronja ist böse. Ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne! Yay! Oh mein Gott! Nein. Ja, ich bin doch wahrscheinlich... Nein. Oh lol, was? The race has ended. Hab ich jetzt gewonnen? Ein Pausers Castle gibt's doch, das müssen wir doch schon noch spielen. Aber ich hab jetzt per Punkte schon gewonnen und wir haben bei Tops auch drei Folgen gewonnen. Wir haben bei Tops auch drei Folgen gewonnen. Bonus Map! Also wenn ich jetzt nicht gewinne, dann werten wir das übrigens nicht. Nur, dass das klar ist. Die Punkte zählen trotzdem. Nein! Wir machen drei. Ich schneid das raus. Das sind diese, wie heißen diese Steingesichter. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich hab euch gewusst. Das Castle ist supertastisch. Oh, das hat mich immer frustriert. Früher, muss ich ehrlich sagen. Weil da... Ich weiß nicht. Oh! Was ist jetzt passiert? Ich hab nichts gesehen. Ähm... Ne, weil es immer so um die Ecken ging und ich konnte nicht driften. Und dann war man immer hyped. Wieso bleibst du stehen? Keine Ahnung. Komm mal heran, ja, komm! Das ist so ne Bombe. Da kannst du nen Spieler aus writers, der kriegt dann Sloters oder so. Wow, danke. Woah. Bei Waluigi im Smash. Oh, nein! Oh nein! Waluigi ist nicht in Smash. Ja eben! versreich er nicht. Den vermises wir. Ach so. Spielt ihr den Smash? Ich habe es mal probiert. Leut. Ich habe... Ich habe so auf die Nase gekriegt von meinem Freund. Ich fand's überhaupt nicht. Oh mein Gott, die können nicht killen, die sind wahrscheinlich... Chaos Blow. Die sind gestorben. Wie schade. Ich spawn am Rand der Map. Am ganz Anfang wieder. Oh Gott. Nein, ich bin schon wieder in so einem Dom. Warte, wieso bin ich eigentlich dritter? Warum hat sich das zurückteleportiert? Ich bin sehr frustriert gerade. Ich bin runtergefallen. Das ist ne Bombe. Nein! Ich glaub, ich weiß nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Jedes Mal krieg ich diesen doofen Slowness-Effekt. Warte. Hör an! Oh, warte, jetzt bin ich Erster? Bin ich Erster? Wir müssen hin. Nein! Bin ich Erster? Hast du das gesehen? Ja. Hast du ja gut gemacht, Flo. Ich bezweifle es eigentlich. Oh, finale Runde, Ronja. Ja, aber ich bin ja schon länger in der finalen Runde. Äh, lol. Ernsthaft? Ja! Nein! Ich hab nicht gedacht, dass ich einfach so gut bin. Es tut mir leid. Manchmal unterschätze ich mich selber. Achso, Ronja, ist so gut. Die ist so lange in der finalen Runde. Ich bin schon... Ich hab gleich gewonnen. Ich hab irgendwie gedacht, ich wär voll hinter euch. Ich wär voll hinter euch. Aber war ich gar nicht. Nein! Bis ich auch immer, dass ich das geschafft habe. Top, jeder ist vor Flo. Du bist vor mir! Weil ich den Teleporter... Der Teleporter... Ey! Ich seh das Ende! Nein! Nein! Wie so? Easy! Tja, also... Weißt du, wenn man selbst die Bonus-Map noch gewinnt, dann... Hör ab! Du hast gedacht... Nein! Ich mach mich nochmal zum Affen! Ich... 35, 29, 24... Wir haben den goldenen Mushroom Cup unlockt! Unlockt! Ja, lass uns dann da... Ich würd sagen, wenn's den Leuten gefällt, dann sollten sie einfach mal sagen... Dann können wir... Bei 1111 Likes! Bei 1337 Likes! Genau! Und... Es müssen mindestens 10 Kommentare sein, wo draufsteht, Flo stinkt! So! Das war's mit dieser Folge! Junge bestes Mädchen! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn ihr dann lasst, einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst! Falls ihr Vorschläge habt, was wir noch für Maps spielen können oder selber etwas einsenden möchtet, dann ist beides gerne in den Kommentaren möglich! Einsenden könnt ihr unter richtigronja.yt at gmail.com und dann können wir auch eure Maps spielen! So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag! Macht's gut! Ciao!